So kann und will ich nicht weiterleben. Ich muss ein anderer Mensch werden. Wenn in dir dieser Wunsch aufsteigt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber Vorsicht! Nichts ist frustrierender als die Feststellung, ich habe es wieder mal nicht geschafft, was ich mir da vorgenommen habe. Die Verhaltensforschung sagt, eine Verhaltensweise ändert sich erst, wenn man sie 40 Tage lang hintereinander jeden Tag geändert hat. Und der Trick, um sich nicht zu überfordern, 40 Tage sind lang, besteht darin zu sagen, nur für heute. Nur für heute will ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich tun. Diesen Trick habe ich bei Papst Johannes dem 23. gelernt. Nimm dir nicht so viel vor, sagt er. Nimm dir keine so großen Sachen vor, sondern immer nur etwas für heute. Und formuliert für sich selber, woran er arbeitet. Nur für heute, so sagt er, werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben, ohne alle Probleme des Lebens auf einmal lösen zu wollen. Nur für heute werde ich niemand kritisieren. Nur für heute werde ich mich vor zwei übeln hüten. Vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Nur für heute werde ich keine Angst haben und mich an allem freuen, was schön ist. Nur für heute glaube ich fest daran, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert. Nur für heute. Im Nachtgebet bete ich darum, dass uns die ruhige Suche jeden Tag zum Guten verändert. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. 21 Uhr, cum